Ein besonderes Schmuckstück des Enkendorfes ist der Landgasthof zur Sonne. Das wunderschöne Haus an der Hasel mit seinen märchenhaft anmutenden Nebengebäuden, dem schönen Innenhof und vielen romantischen Winkeln wurde im 19. Jahrhundert erbaut und wird seit drei Generationen von der Familie Genter geführt. Behagliche Gemütlichkeit verströmen auch die Gästezimmer der Sonne und des gegenüberliegenden komfortablen Gästehauses. Ob im rustikalen Rittersaal, im eleganten Sonnensaal oder in der altväterlichen Gaststube, Die Küche des Landgasthofes zur Sonne ist weithin bekannt für köstliche regionale Spezialitäten und ausgesuchte saisonale Gerichte. Hier lässt es sich trefflich schlemmen und wohl sein. Der Chefkoch der Sonne, Christoph Genter, hat übrigens einige Zeit lang auch immer wieder hochrangige Regierungsmitglieder bekocht im Brandenburger Hof in Berlin.